Heute haben wir die siebten Tyrolean Wakeboard Masters hier in der Area 47 gehabt, bei strahlendem Sonnenschein, es war eine mega coole Veranstaltung, also wir haben so viele Teilnehmer, wie schon seit Jahren nicht mehr gehabt und ja, wir haben einfach einen richtig guten Tag hier am Cable Top. Heute ist es richtig super grand, ich habe meinen Run perfekt hingestellt, das waren super Bedingungen, natürlich immer harte Konkurrenz, deswegen freue ich mich mega, dass ich ihn noch habe. Ich bin sehr zufrieden mit heute, den zweiten Platz hätte ich mir echt nicht erwartet und ich muss ehrlich zugeben, es ist mir echt alles aufgegangen und mehr kann ich mir eigentlich nicht wünschen. Richtig schöne Anlage hier mit dem Gergen da hinten, richtig schön und die Anlage ist richtig cool, schönen Zug, geile Obstacles, richtig Spaß zu fahren. Wir sind immer super Wettkämpfe, faire Wettkämpfe, heute vor allem sowieso echt ganz knapp gewesen. Ich habe den vierten Platz gemacht, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit vierten Platz. Wer das jetzt halt gesehen hat und Lust auf mehr hat, also wir sind noch geöffnet bis zum ersten Oktober und das Wetter ist perfekt, also kommt vorbei und geht's waken. Die Wetter ist eben voll easy. Und jetzt kommt auf zwei, ein Talente nachzufolenden, vor dem vom Und jetzt wird der Gdi runter zwar schief, jeder hat das wieder schief, jeder hat Wettkämpfe! Jajaja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017